Oh man, heute bin ich verdammt digital, würde ich sagen. Hallo, ich bin's Benni, ein Geruch für Sport und Freizeit. Hallo Checker, hallo Klickzoom. Und meine allererste Frage an den Checker der Nation ist, was hältst du eigentlich von Leuten, die auf YouTube unterwegs sind? Beziehungsweise Leute, die ein Hauptherr ihrer Freizeit mit YouTube und dem Internet verbringen? Von den YouTubern halte ich nichts Schlimmes, nur Gutes, weil die immer meine Videos sich angucken. Und meine zweite Frage ist, wer kam eigentlich auf diesen himmlischen, diesen philosophischen, diesen obergenialen Gedanken, dich Checker den Vollstrecker zu nennen? So Benni, du hast mich gefragt, warum ich Checker heiße. Ich sag's dir ganz kurz. Hast du DaystDays das Casting von mir gesehen? Wenn du es gesehen hast, dann weißt du, wer mich so genannt hat. Die Tabolen.